Ich habe hier Frühstück. Ich konnte es schon von weitem riechen. Lecker. Speck und schwarzer Kaffee. Wieder. Ich kann Ihnen auch was anderes machen, wenn Sie das möchten. Bitte Sie, das ist wunderbar. Ich stelle das doch hier auf Ihnen. Nein, nein, nein. Es geht schon, es geht schon. Ich mache das. Vielen Dank, Frau Leiber. Vielen Dank.